Ja, und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen eine Runde Rush. So, und hier haben schon die Leute die Bombe gelegt, also wir joinen so rein. Ich spawne hier einfach, wir haben mitten ins Gepäck rein. Mal schauen, Alter, was geht hier ab? Ihr wart erst mal ein bisschen Lazy machen bei mir. Alter, voll laut. Hier kommen lauter Granaten. So, wir haben gelegt. Alter, Falter. Hallo? So, erst mal hier voll rein sprayen und nachladen. Gar nicht gut. Ach, da sind alle rein, die hier dran kommen. Aber ich seh mich gar nicht. Komm, du, uns fahrt. Schau mal, geil. Na, jetzt da hinten. Einer wiederbelebt. Was ging hier ab? Einmal reingezäunt, voll abgegangen. 6 Kills gemacht, hallo? Okay. So, hallo. Auf Space müssen wir das diesmal. Okay. Ist umgeändert. Oh, super. Hier eine Granate. So, wie die alle hier runtergegangen kommen. So, jetzt müssen wir kurz warten. Wir können hier gleich wieder weiter reinscheuen. Ich lege es hier gleich wieder so ab. Uiuiuiui. Wir sind dann hier irgendwo. Das ist Vorder. Also hier explodiert halt auch alles. Halt, was schießt da eigentlich auf uns? Was Größeres? So, Alter. Ach, da hinten ein Panzer. Okay. Ja, super. Wenn ich vor die geile Chance hätte, da oben. Das baue ich eigentlich. Jawohl. Ach, schon wieder sind die da. Muss ich nehmen mal so einen Pionier und mal gucken, ob da was geht. Vielleicht ein bisschen zurück. Gleich mal eine Granate. So, wo ist denn der Panzer? So, steht er noch da? Ach, da hinten? So. Na, super. Eine Granate ist schön da oben. Ja, aber da oben ist ein bisschen kacke. Das geht mal gar nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir halt da hinten spawnen. Das scheint auch ein bisschen blöd. Ah, da ist einer runtergesprungen. So, ja, da können wir gar nicht joinen. Einer bleibt oben. Na, komm man. Gehen wir lieber hier hin. Sonst macht das gar wirklich nichts. Jetzt sind wir da oben in der Ecke und der Panzer steht da. So, das A ging eigentlich richtig schnell. Ich meine, ich bin eigentlich relativ am Anfang der Runde gejoint und da war A dann schon weg. Oh. Ah, verdammt. Unsere Tickets. Darauf habe ich jetzt immer gar nicht geachtet. Ja, okay. War ein bisschen blöd. Da oben da auch immer ein bisschen Partik ist wohl verloren und so. Haben sie halt doch noch B richtig gut verteidigt. Hallo. Vier Minuten nehme ich auf. Okay. So, ja, dann machen wir natürlich auch gleich noch eine zweite Runde. So, sechs zu drei. Ich habe am Anfang hier sechs Kills gemacht und dann hier voll abgekackt. So, die nächste Runde auf Lootgebiet. Okay, das ist mal eine ganz neue Map. Die kenne ich gar nicht. So, ich weiß noch gar nicht, was ich immer groß mitnehmen soll. Nehmen wir mal einen Sniper mit. Das letzte Mal ging es eigentlich richtig cool ab. So, hier mit ein bisschen Busch und so. Wo, 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 wo. Hallo. Oh, da drüben. Alter. Wie will wir da zielen können? Hier mit ein bisschen Auskundschaften. Super, da rechts ist schon ein Panzer oder sogar zwei. So, der Heli da oben. Left down. Ausgesprungen ist auch keiner. Da oben auf der Brücke. Oh. Okay. Warum haben wir einen Punkt bekommen? Achso, da schaue ich noch eine gespawnt und so. Die Wunder, da getroffen habe ich ja nicht so richtig. So, wo müssen wir überhaupt hin? Aha, das ist ja auch. So, lass mich hoch. Achso, wir müssen beschützen. Schau, der Geist. Na ja, mal ein geiler Fail hier. Granate. Ich bin halt voll schön daneben. Oh, na toll. Jetzt kommen sie alle zu A. Alter, warum haben die einen Heli? Ich meine nur einen kleiner, aber trotzdem. So, Alter. 500 Granaten hier. Gibt's ja gar nicht. Ist ja schon fast so schlimm wie beim Metro damals. Sind auch immer 500 Granaten rumgeflogen. So, der eine liegt auch noch wohl. So, dass ich's ausschaut. So, da hinten ein Panzer. Schau, mies. Super, ich hab's mir schon halb gedacht, ich würd ich besser in der Basis drüben scheuen. Weil hier bei meinem Squad waren da lauter Gegner. Na super. Na super. Na super. Entschärft doch mal. So, Bombenentschärft. Sehr schön. So, warum hat der hier zwei so Pfeile? Schau mal, geil. Ah ja, ich treffe nix. Na super. So ein Idiot. Und da kommt auch noch ein L.A.V. Warum haben wir eigentlich kein Panzer, kein L.A.V, gar nix? Ist ja auch ein bisschen mies. Und hier immer der L.A.V. Irgendwo war vorher auch noch ein Panzer und so. Gibt's ja gar nicht. So, ja okay. Hallo. Das war auch ganz sicher ein Treffer. Na super. Alter. Irgendwie, keine Ahnung. Entweder wechsle ich gleich Snipe oder... Ich hab bis jetzt noch gar nix geschafft. So richtig. Irgendwie bin ich halt auch nur so ein bisschen desorientiert. Man weiß auch gar nicht, woher sie überall kommen und so. So, hier haben wir doch ne geile Posi. Kommt noch ein bisschen zu weit weg. Mal markiert. So, wo sind die Punkte? Aber hier... Hier ist eigentlich auch ein Sniper ein bisschen blöd. Ein bisschen mehr so mit Nahkampf und so Zeugs. Hier wird alles zerballert. Was? Na, das ist der Elevy. Gar nicht gut. Hallo! Wie trifft er mich von da unten, wenn ich mich hinleg? Ist auch mal super. Also ich hol mir mal was anderes. Ein Sniper irgendwie geht grad gar nicht. Ähm, Sturmi... Pionier... Was kann ich eigentlich auswählen? Nur die MX-4? Naja, egal. So. Ich hoffe, der geht rein. Wäre ziemlich geil. Naja, glaub nicht. So, bei Arsch. Wir haben einen Panzer. Haben die den jetzt geklaut irgendwie? Oder... Doch. Ein Aua. Hallo? So, ähm, wie kann ich mich lösen? Muss ich da rüber hin? Na, super. Er ist auch noch der Heli. Das ist nur so ein Little Bird, aber trotzdem... Sag mal, mit der Kanonik kann die schon ein bisschen was anrichten. Wenn nur gut ist. So, die sind jetzt eigentlich alle bei B. Wollen wir mal gucken, dass er bei A ein bisschen hinzugehen. Vielleicht wird auch A rübergehen. Dass wir alle bei B sind. Uplaka! Hallo! Was geht ab, man? Irgendwie... Ey, da ist doch gar kein Treffer gelandet. So, haben die bei A gelegt? Ja, eben. War nicht gut. So, Alter, die sind doch kaum was. Na, super. Ey, der Heli, der geht mir auch so derbe auf den Sack. Sollten wir uns mal irgendwie ein bisschen auf den fixieren. Weil der macht schon hier ein bisschen Damage und so. So, A ist wieder gut. B nicht. Na, come on! Gerade gespawnt, ey. Ist ja auch ein bisschen kacke. So, eins haben wir sie kaputt. Ich denke mal B ist gerade down gegangen. Ist auch noch A. Aber die haben keine Tickets mehr. Das könnten wir sogar noch gewinnen. Auch wenn ich eigentlich in der Runde gar nichts geleistet habe. Aber der ist sich schon da rausgesprungen. Mit einem Panzer oder so? Ich glaube nicht. Wo? Mungo! Mein erster Kill hier. So, hier ist auch noch Rückzug. Au. Der ist halt mal zurückziehen oder so. Aber egal. Oh, der hat mich gesehen. Ich bin nicht erst hier. Echt im Bronzeln. Ich bin Mann Calle-Unter tongue- ölungen. Ich bin nicht aufgerfahren. Ich bin nichtionarferFi, ich bin nicht aufgerufen! Wirkliche! fruits wie燃 Bora! Warum auch bei den Systems keinjutgriff auch wieder zurückgehen? Ich sehe meine jaintroduen. Oh, oh, oh. Sure. Oh, die wissen, dass ich da drin bin. Oh, come on. Gar keine Chance irgendwie. Vor allem, dass er 51 Gesundheit noch hat. Hier ist der Balken noch voll schnell runter bei dem. So, jetzt sollten wir aber hier auch mal ein bisschen besser verteidigen. Ich meine, okay, die haben noch 64 Tickets. Ja. So, müssen es hin, einmal hier hin. Und einmal irgendwo da oben. Okay. Alter, ganz oben. Dann können sie mit dem Helium irgendwie hinfliegen. Alter, hier, zur Brüste schon die Mauer. So, der liegt ja auch mal geil, hier in der Luft. So, einmal einen Treffer. Das passt halt auf mich. Alter. Aber jetzt schießen die. Alter, ich steh auf. Und krieg erstmal hier voll eine rein. Oh, nein. Oh, doch. Ballern die alle. War kein Leben mehr. Oh, auch cool. Von uns hier. Das ist doch ein Problem, Luftabwehr. Aber besser wie gar nichts. So, jetzt sehe ich gar nicht. Nein, der wird abgehauen oder kaputt gegangen. Das ist doch hier wie in Benedikt. So, mitten im Fluss in der Straße. Alter, die Sniper nur. Die sollten mal angreifen. Die, guck mal, da hinten auf dem Dach. Da gammeln sie alle. Das fällt jetzt pack' ich auch wieder Sniper aus. Wenn die immer nur da hinten bleiben. Guck mal, hier ist überall sind irgendwelche roten Punkte. Aber nicht bei uns im Gebäude. Ist eigentlich so cool. Alter, komm, ich spawn' wieder mit einem Gegner im Rücken. Weil die mich verarschen. Maniasi juckt auch hier rum. Oh, wo hängt er? Wo hängt er? Ah! Oh, come on! Jetzt sind wir zu zweit. Oh, oh, oh. Ich meine 16 Tickets. Wenn jetzt A hochgeht, kriegen sie, glaube ich, keine Tickets mehr. Ne, 15 Tickets und erst nur noch B. Nimm mal Sturmsoldat lieber mit. Oh, der hat jetzt gar mit der Runde nur hier irgendwo außen rum. Na super. Alter, wo spawnen die denn? Ähm, muss ich hin? Nimm mich halt noch nicht so aus. Alter, jetzt... Warum spawnen ist alle außerhalb von dem Gebäude? Ist ja auch ein bisschen kacke. Komm ich hier hoch? Nein. Na super. Ist schön, dass ihr hier die Knappe benutzen könnt, ihr Vollidioten. Replatziert. Komm ich hier am Schnellchen hoch. Na, Alter, ich wollte mich noch so hier hinter die Mauer legen. Aber halt mal wieder zu viel gedacht. Nee, nee, nee. Vor allem halt Rush-Modus, wenn man die Map auch nicht so ein bisschen kennt, ist halt auch ein bisschen blöd. Man muss zuerst mal mal gucken, wo man hier genau hin muss. Welche die besten Positionen sind. Oder woher die Gegner kommen und so lauter so kack. So, das war jetzt nicht so eine brisante Runde. Ich meine, oh je, das scrollt. Oh je, warum hat das hier runtergescrollt? Meine schlechte Statistik darf doch keiner sehen.